Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich dir kurz Filter vorstellen und zwar fürs Osmo Pocket 3 Mini Gimbal. Also das ist dieses süße kleine Teil hier. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Osmo Pocket gibt es schon länger. Ich hatte die Version 1, die ich gerne und häufig verwendet habe und mittlerweile habe ich jetzt die Version 3. Ich nutze es insbesondere im Urlaub, sage ich mal, zum Filmen oder jetzt auch den Kleinen ein bisschen zu filmen. Es ist einfach deutlich handlicher als ein Handy. Es ist auch noch mal ein bisschen besser von der Stabilisierung her. Es hat einen 1 Zoll Sensor und so weiter und so weiter. So, Problem ist, wenn man tagsüber filmt, es ist sehr sehr hell draußen, also im Sonnenschein zum Beispiel, dann hat man ja immer das Problem, dass man mit einer sehr kurzen Verschlusszeit teilweise filmen muss und dann hat man das Problem, dass die Bewegungen eben abgehackt erscheinen. Das heißt, ja, ich filme normalerweise zum Beispiel jetzt gerade mit einem Fünfzigstel. Das heißt, alle Bewegungen werden so leicht verwischt und das sieht dann einfach natürlich aus. Wenn jetzt ich mit dem 1, 2000 zum Beispiel filmen würde, dann wären die Bewegungen abgehackt und sehen nicht mehr natürlich aus. Und genau da kommen die Filter ins Spiel. Beim Osmo Pocket ist es zum Glück so, dass man auf der Linse, das war auch schon bei den alten so, eben entsprechend Filter anbringen kann. Also da ist so ein kleines, da ist so eine Möglichkeit, dass man eben magnetisch Dinge anbringt. Es gibt für das Osmo Pocket von DJI selber auch teilweise, ich glaube, Filter und auch ein Weitwinkeladapter für das Ding. Wenn man da aber ein bisschen mehr will, dann kann man zu Freewell greifen. Das hier ist jetzt das volle Set. Das sind insgesamt 14 Filter. Also ich sage mal ein bisschen mehr als man wahrscheinlich meistens braucht. Was ich schön finde, man kriegt das hier in einem Case. Und wie man sehen kann, fallen auch nicht raus, sondern die sind komplett magnetisch. Also die Filter sind magnetisch. In dem Teil drin müssen sie ja auch sein, um eben am Osmo Pocket dran zu heften. Und wie gesagt, man kann die auch hier dann, wenn man sie entnimmt, kann man sie wieder rein machen. Und dann halten die da drin auch, ohne dass sie irgendwie verrutschen. Also auch beim Transport ist da nicht gleich Kuddelmuddel drin. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich blende mal nebenher ein, wie das dann aussieht, wenn ich einen der Filter anbringe und auch wieder weg mache. Das Ganze ist natürlich schon eine filigrane Sache, sage ich mal. Also die Filter sind sehr, sehr klein. Die sind auch sehr leicht. Die wiegen, glaube ich, unter 2 Gramm. 1,7 Gramm, glaube ich, die mit dem Polfilter und 1,3 Gramm oder so die Standardfilter. Ich gehe mal ganz kurz auch durch, was in diesem vollen Set alles drin ist. Da haben wir also einen ND8, 16, 32, 64, 128, 226, 15.000. Also fürs Filmen jetzt schon ein bisschen Overkill, sage ich mal. Dann hat man einen Polfilter und dann noch ND8, Pol, ND16, Pol, ND32, Polfilter und ND64, Polfilter Kombination. Und in diesem Set ist dann tatsächlich auch noch ein sogenannter Mistfilter drin. Also um schönen Schein, um Lichtquellen zu erzeugen, kann man den nutzen. Das blende ich auch mal nebenher ein, wie das aussieht mit und ohne diesen Mistfilter. Dann gibt es noch den LPR-Filter. Das ist der sogenannte Light Pollution Reduction Filter. Ja, der soll sozusagen, gerade wenn man jetzt nachts in Städten oder so was Videos aufnimmt, wo eben sehr, sehr viele Lichtquellen sind, soll der eben ein besseres, natürlicheres Bild ermöglichen. Genau, also das ist das volle Set. Wie gesagt, das ist für den meisten Gebrauch ein bisschen Overkill. Auch die anderen Sets, ich verlinke mal in der Videobeschreibung, da kann man sich mal anschauen, was es alles für Sets gibt. Und verlinke mal auch einzelne Sets dann noch direkt zu Amazon, wo man die kaufen kann. Kann man aber auch bei Freewell direkt kaufen. Bei den Sets ist dann auch immer so eine Hülle mit dabei, die eben auch die Möglichkeit bildet, den Filter eben magnetisch zu halten. Genau. Ich wende noch ganz kurz mal ein Beispiel ein, wo ich außen in der Sonne unterwegs bin und wo man einfach jetzt mal sehen kann, den Unterschied zwischen mit und ohne Filter. Nur mal kurz demonstriert. Ja, hallo, ich möchte hier kurz demonstrieren. So ein bisschen den Effekt, den das hat, wenn ich jetzt hier gerade ohne Filter filme und dann sieht man schon, wenn ich hier so ein bisschen winke oder irgendwelche Bewegungen, sehen dann einfach total unnatürlich aus, weil die Verschlusszeit ist jetzt wahrscheinlich so ein, zweitausendstel oder sowas. Weil ich habe hier gerade die Sonne ins Gesicht, jetzt verschwindet sie gerade so ein bisschen, aber ja, man sieht, es ist schön hell. Sie blendet mich so richtig und wie gesagt, dann ist die Verschlusszeit einfach sehr, sehr kurz. Und das Problem, wie gesagt, man sieht es jetzt so ein bisschen an der Hand, wenn ich hier winke, dann wird das einfach unnatürlich. Ja, jetzt gucken wir mal, ob ich das hier so hinkriege, einhändig. Ja, da sieht man ganz gut, das ist das Filterset jetzt mal mit allen Filtern, die von Freewell eben fürs Osmo Pocket 3 verkauft werden. Und wir schnappen uns jetzt einfach mal den 32er ND, weil es halt doch sehr, sehr hell ist und machen den drauf. Klacks. So, jetzt haben wir quasi eine 32-fach längere Verschlusszeit, das macht er automatisch. Man kann den Osmo Pocket natürlich auch manuell bedienen. Aber jetzt sieht man schon, ja, wenn ich meine Hand hier so winke, dann sieht das gleich deutlich natürlicher aus. Auch jetzt, ja, der passt ja gerade die Verschlusszeit an. Ich könnte jetzt natürlich vielleicht hier in praller Sonne sogar einen 64er ND-Filter drauf machen. Ja, und so einfach und schnell geht das Ganze eben. Ja, ich kann einfach kurz, während ich das Ding benutze, auch den Filter drauf machen. Ich könnte jetzt auch stattdessen einen Mistfilter drauf machen, wobei das bei der Helligkeit, ja, würde halt die Verschlusszeit nicht verbessern. Dafür aber jetzt zum Beispiel so glänzende, helle Stellen sehen dann ein bisschen besser aus. Das ist aber dann tendenziell eher was für die Nacht, sage ich mal. Wenn man schöne Lichter hat, die dann eben so einen schönen Glanzeffekt, beziehungsweise so einen nebligen Effekt bringen. Ja, soviel auf jeden Fall mal zur Demonstration des ND-Effekts direkt beim Filmen, sozusagen live. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer gerne so ein Filterset habe, ob es jetzt das Osmo Pocket ist oder ob ich mir das Systemkamera filme. Beim Handy hätte ich es auch gerne, da gibt es wahrscheinlich auch Lösungen, wobei ich mit dem Handy tatsächlich mittlerweile sehr, sehr selten filme, gerade weil ich ja auch das Osmo Pocket habe hier. Ja, da sieht man schon relativ gut, was der Effekt ausmacht, auch wenn zum Beispiel Autos fahren oder sich sonst irgendwas bewegt. Das sieht einfach immer unnatürlich aus, wenn man mit einer kurzen Verschlusszeit filmen und deswegen bin ich absoluter Fan davon, solche Filter zu verwenden. Wenn man jetzt spiegende Oberflächen hat, kann man auch diese Polfilter-ND-Filter-Kombination nehmen oder eben nur den Polfilter. Man kann, wenn man das Osmo Pocket für die Fotografie auch verwendet, natürlich dann auch einen Tausenderfilter und so weiter nutzen. Das Einzige, was leider nicht geht, ist dann quasi mehrere Filter übereinander. Das wird dann einfach zu hoch und dann ist das Problem natürlich, dass man Randabschattungen letztendlich bekommt. Man könnte diese Filter theoretisch schon, also das sieht man vielleicht hier, man kann die auch übereinander und die halten dann auch aufeinander. Aber ich denke mal, das ist für das Gimbal dann irgendwann nicht mehr so gut, weil das natürlich dann doch etwas schwerer wird, das Ganze. Also ich würde es nicht unbedingt so verwenden, aber natürlich, wenn man will, kann man das auch so machen. Es funktioniert theoretisch, aber wie gesagt, ich würde das nicht tun, einfach weil ich dann Angst drum hätte, dass vielleicht die kleinen Motorchen da irgendwie Probleme damit kriegen oder dass es irgendwie dann zu weit raus steht und wenn es sich einfährt, das Gimbal, dass es dann dagegen irgendwas knallt und so weiter. Noch kurz zur Qualität der Filter, also ich habe überhaupt keine Probleme mit Unschärfen oder sowas gesehen oder mit irgendwelchen Randabschattungen oder starken Randabschattungen. Ich habe auch nicht irgendwelche großartigen Änderungen in der Farbe gesehen. Das hat Freewell ja sehr, sehr gut hinbekommen, auch bei den letzten Set, das ich da getestet habe für die Systemkamera. Da hatten wir ja fast gar keinen sogenannten Color Shift mehr, also dass eben ein ND-Filter dafür sorgt, dass der Weißabgleich nicht mehr stimmt, ist bei denen fast gar nicht der Fall. Also das geht um wenige Kelvin, wenige hundert Kelvin nur, verschiebt sich das Ganze so, dass man es eigentlich so gut wie gar nicht bemerkt. Das finde ich sehr, sehr gut, also qualitativ, sowohl optisch als auch mechanisch sind die Filter sehr, sehr gut. Auch dieser Drehring von den Polfiltern funktioniert einwandfrei. Ich habe da also gar nichts auszusetzen. So, mein Fazit zu den Filtern ist durchweg positiv. Ja, ich sage mal, der kleine Nachteil davon ist natürlich, dass sie doch sehr, sehr klein sind und ein bisschen fitzelig anzubringen an dem Osmo Pocket und vor allem auch wieder wegzukriegen und dann zu verstauen. Kann Freewell aber jetzt letztendlich natürlich nichts dafür, weil das Ganze natürlich so ist, weil das Osmo Pocket sehr, sehr klein ist und entsprechend die Filter können einfach nicht groß sein, dann würden sie zu schwer werden. Von dem her muss man damit wohl leben, mit diesen kleinen Filtern. Ansonsten optisch, mechanische Qualität, einwandfrei, preislich ist es okay. Also ich glaube, das Set kostet im Moment 140 oder 150 Euro, das volle Set, also knapp über 10 pro Filter wären das dann. Es gibt auch kleinere Sets dann um die 100 Euro oder um die 60, 70 Euro, was wahrscheinlich für den alltäglichen Gebrauch meistens auch ausreichen wird. Also wie gesagt, schau dir mal die Links in meiner Videobeschreibung an, was es da alles für Sets gibt und wo es die gibt und ob das eventuell was für dich ist, wenn du das Osmo Pocket 3 verwendest oder wenn du es dir vielleicht noch zulegen willst. In diesem Sinne gerne, wie immer, in die Kommentare noch Anregungen. Würde mich interessieren, ob du auch Filter am Osmo Pocket 3 verwendest oder auch an den älteren Osmo Pockets, wenn du die verwendest. Und in diesem Sinne noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Ciao!